Wenn wir eine steuerfinanzierte Plakatkampagne mit Bauern regeln, anfangen zu wettern, dann haben wir nicht die Diskussionsgrundlage, um sinnvoll beispielsweise über sowas zu reden. Dann haben wir sie verlassen. Dann sind wir an ganz anderer Stelle unterwegs. Und deswegen meine ich, dass Politik verdammt nochmal, gerade weil wir zweigelöster Wirtschaft, zweigelös die Landwirtschaft hier in Norddeutschland, deswegen tun wir gut daran, auch das, was wissenschaftlich belegt ist, auch zu hören und nicht Paralleldiskussionen zu führen. Das macht unsere heimische Wirtschaft am Ende des Tages kaputt.